Und zu Assassin's Creed Valhalla Ja, okay, vielleicht hätte ich echt mal was anderes nehmen sollen Mein bester Freund Du, mit deinen Fragen und Zweifeln Du hast uns aufgehalten Wegen dir habe ich die Gelegenheit vertan Geduld, Bruder Wir finden den Stein, wo er auch ist Ob wahr oder nicht Du wirst deine Antwort bekommen Ich kenne die Antwort bereits, Eivor Ich sah es in meinen Träumen Ich weiß ganz genau Genug, alle beide Hört ihr... Soldat hier! Ihr Dänen wagt es, mein Land zu besudeln? Halt eine, Eivor, jetzt reden wir Lady Edwin Ein Stein fehlt in diesem Turm Auf ihm waren Runen und das Bild eines Baums Kennst du ihn? Eivor, bist du verrückt? Edwin flieht! Das war unsere Gelegenheit Das klären wir nach Eivor Das vergiss ich dir nicht Lauf nur nach Hause! Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Man merkt schon, es wird schwerer. Ja, das ist so. 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 Ja, da ist so. ich muss sehen was du siehst ich gebe sich irgendwie ist folge eigentlich eine wahnsinnige und da hat recht es ist zum wohle deines schies nur bist nicht bei sinnen was ist dieser ich wollte sie kauf ich verkaufte den gebe ich das selber war der ein kuh verletztes mal nicht wir könnten die soldaten mit diesen überraschen ich sehe brennende männer vor mir schreiende soldaten hier darf mich niemand sehen auf die wir stehen Scheiße. 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 Ölgröse. Was war das? Mein Aufheulen. Edwins Männer kommen. Mach dich bereit! Die Soldaten sind nah. Dieser überhängende Ast eignet sich gut für einen ersten Schlag.